wieso lächelt man gerade weine heule tu was anderes da bist du ich muss jetzt zur everdask ja oder ich mache oder ich mache die mini mission die mini mission mit der suppe mini mission bei everdask dort ich weiß nicht ob das eine suppe ist also die suppe hättest du schon hier im dorf bei der alten die diese upgrades wie sie sich glaubt das habe ich dann schon wir haben ja die macht die dinge für sechs ich so höre ich die stimme nicht von denen manche regeln wie ich schon geschafft was tagtumokon ich kann es ja lesen mocton wer wer ist mocton der ist denn er war das immer wenn du die ansprichst ist das erste was du siehst jiggle für sechs wie du so reingesprungen bist so wohin jetzt ganz genau wo bin ich ach so da keine gegner okay er haben die normalen gewonnen anwendig in die kämpfe mit einbezogen frames erscheint keine gegner gegner kommen jetzt erst das das war doch extreme wie weit hast du mit deinem main account gespielt ein bisschen weiter als das was jetzt hier kommt ich habe ich mein main account nicht so weit gespielt für mich ist alles neu das will es ich wenn die aufnahme wenn das spiel aber bei mir abstürzt muss ich nicht mein pc neu starten weil sich das spiel nicht richtig schließt die aufs manager bieber nochmal tasmanager wie man es öffnet erst herg alt und entfernt rücken weil es ist dann ja gestürzt oder drücke ich auf die leiste da unten oder rechts wo du hin hast ich werde ich wahrscheinlich jetzt nicht hören um ich muss aber reden jetzt lässt mir hier du Idiot ja mein Spiel ist abgestürzt ich bin Bronzer 1 ich habe jetzt mal gucken ob das funktioniert hat wenn es aufnahme vorbei ist sage ich dann ein Gültwunsch das war mein Geburtstagsgeschenk für dich your logging information is incorrect please try again das ist aber mein passwort habe ich eingegeben ich habe dein passwort gehackt ah jetzt geht es keine ahnung manchmal spielte das hatte ich heute Mittag auch da hat das mich rausgekickt das spiel und dann meinte es für eine halbe stunde mein passwort nicht mehr anzunehmen aber es ist NC soft also was sollen wir machen wenn alle Stricke reißen spielst du malz da leute ich glaube es offline steht bei mir ja ich sammle hier bisschen xp wo ich mehr xp kriege ohne dich was hast du eigentlich mal gedacht dass wir uns einen eigenen Teamspeak server zulegen sollten ich muss dann Geld zahlen und du weißt wie ich mit finanziell bin ja ich meine du ich im Training ich dachte du magst kein Teamspeak ja aber es ist besser als wenn ich dich jetzt bei Statswatch bei solchen Situationen anrufen muss weil das muss ich wahrscheinlich gleich weil jetzt hat es mir gerade angeteckt oh connection Fehler the game client encounter an error while running shutting down the game client das spiel dieses end protector so dieses dümmste was damit nein das spiel wenn die nicht hier von nsoft weg gehen dann hier verlieren die sowieso ganz viele spiele nsoft einfach schlecht ist aber du siehst es allein wenn du wenn ihr jetzt mal in den chat guckt bei naka ja ich sehe es es sind jetzt schon eine woche nach release an die hunderte von bots in dem spiel auf jedem server deswegen keine ahnung ich hab ich hab nur den gompat chat an ja egal welchen chat auch party finder wird die ganze zeit gesrammt von bots ich bin level up mein gott der macht mir angst eine schlechte grafik sieht es gruselig aus ich spreche mit dir auch nur wisse besser viel trotz nur oh ich bin voll verliebt und bin hässlich die mission ist cool ähm ähm gibt es ja noch jemanden der mission gibt ja ich sammeln alle mission und dann mache ich alle nacheinander ich habe mich mit dir reden ich wollte nicht mit dir reden schau mal voll von okay jetzt habe ich tausend quests wunderschön ich mache erstmal die neben quests jetzt funktioniert es auch wieder ja die fette black rams seeker and obtain the portal report okay patrol report nicht portal black rams seeker und leute wie finden wir dieses projekt schreibt es in die Kommentare like, abo, subscribe hacker ist eigentlich so ein ganz guter der sich nicht verkauft ja deswegen sage ich auch nichts deswegen mache ich das immer in seinen videos ich mache ihn zum youtube sellout und danke ihm habe ich auch weitergemacht nicht jetzt mach ich weiter wieso greift er nicht an greift doch an wieso die ochsen zu verprügeln ich versuche die kleinen dieser sams zu töten die ochsen kann man nicht ich glaube der boxe ist viermal so groß wie ich bestimmt mal sehen wie lange ich jetzt in die ja platz 885 wie viel was 885 ja da kannst du lang warten du nimmst auch wie gesagt ich kann ja die ganzen story sachen momentan noch skippen deswegen richte ich das ganz schnell wieder ein außer der reichen kommt flumaster ich kann die leute im luftfeld zu boden in der zweiten zeit töte ich ihr leute in der zweiten zeit spiel ich gleich wie sakura klicken schön dass die auch manchmal bomben droppen ja kann ich die pilze aufheben ne schau mal die pilze sind sogar fast so groß wie ich alles ist in der welt so groß wie ich ja der größte pilz ist so groß wie ich irgendwie traurig ja aber das gute ist ja jetzt du kannst dich schön aufs gang konzentrieren während ich ja ihr kommentieren machen gefällt euch das leute dann mach was dann wieder aus dem format machen nackerspiel spiele und ich kommentiere einfach so drüber so neben kommentator so das war das was man damals zu den glorreichen zeiten wo das ich wurde gestampft von der ochse aber es geht in mich durch ja die glorreichen zeiten wo das plane angefangen hat in der deutschen community da waren solche sachen wie jetzt hier im gang und gäbe dass jemand neben kommentiert hat während einer gespielt hat wozu da gibt es so was natürlich gibt es nur minecraft du bist minecraft deine mutter ist minecraft Denkt dran, die Minecraft DSL. Ich guck mal, was ist so im Let's Play Forum? Falls ihr das nicht kennt und im Let's Plays mögt, könnt ihr ins Let's Play Forum gehen. Da findet ihr ganz viel Minecraft. Bestimmt steht da jetzt, ich suche Minecraft LCS, ich mein Traum weiß. Profi Minecraft, natürlich. Ne, was haben wir denn so? Minecraft? Trouble and Terrible? Ich muss mal eigentlich nachschauen, ich hab gar nicht nachgeschaut. Naja, hat niemand. Ich guck da ab und zu mal rein. Was haben die geschrieben über? Ne, da hat noch nichts mehr. Du hast da letztens auch kommentiert halt. Ja, ich seh's von mir. Die haben sich nicht gedroht. Alter. Ich weiß noch die globereichen Zeiten. Da hast du ganz viele verschiedene Sachen gekriegt. Da haben du Strike, solche Sachen. Und jetzt hier... Minecraft, Travelling Terroristorm, Minecraft, 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 Minecraft. Minecraft, Armour, GTA, Minecraft, GTA, Minecraft. Ich wollte dich nicht ansprechen. Ich wollte dich nicht ansprechen. Ich wollte dich nicht ansprechen. Ich wollte dich mit der Hesse die Tudita sprechen. Oh, ah. Geh mir mal in Erfahrungspunkte. Okay, warte. Das war jott. Auf tailgames zu Blackram Battle Plans. Wofür nicht die denn? Ich find's gut, dass manche Streamer wirklich Warteschlange-Spiele für Blade & Soul haben. Die so oft rausgekickt werden momentan, dass man dann in der Warteschlange schon was anderes spielen kann. Ja, Hearthstone. Minisweeper. Schach. Minesweeper? Wann haben... Alter, wann hat ein Mensch das letzte Mal Minesweeper gespielt? Ich hab zuletzt mit Windows 7 gespielt. Ich hab zuletzt mit Windows 7 gespielt. Aber ansonsten hab ich nicht gespielt. Ich spiel jetzt Sakura Clicker und habe mein Steam an, damit Leute sich um mich schämen können. Was ist das für ein Message? Ich bin in so ungefähr 15 Minuten da. Find the Masked Hangman in the Abund world. Und wo ist das? Ich geh mal dahin, erstmal zu dem Haupt-Quest. Ich spiel jetzt nicht Sakura Clicker, das war das für den Aufnahmen. Ja, ich hab's gehört. Ich tue das mal nicht an. Und das muss ich wohin bringen? Da hin. Was ist denn für Zeitdauern? Ja. Mehr Erfahrungspunkte. Ja. Hier ist irgendwo noch einer. Da. Hier ist irgendwo noch einer. Da. Ein Hut-Fall-Simulator. Ach so. Ja. Okay. Das gibt jetzt merkwürdig. Ja. Es gibt ja diesen... Nein. Booster. Ähm. Diesen Reviewer Yazzi. Den guck ich mir gerne an. Der macht Zero Concentration. Kann ich den Leuten auf jeden Fall empfehlen. Und der hat ein Spiel rausgebracht. Und weil sein Gimmick ist, dass er immer einen Hut trägt in der Animation. Deswegen hat er das Spiel gemacht, wo Hüte runterfallen und wir uns Hüte sammeln. Ich will auch nicht. Sogar die Katze ist größer als ich. Don't catch that. Let's show me. Wenn ihr 100 Abos mal... 100 Likes auf dieses Video lasst, schenk ich Naka dieses Spiel. Dann muss man das mal spielen. Welcher? Sakurai? Nein. Headfall. Keine Ahnung was das ist, aber okay. Nehmt's verfahren. Das ist ein ganz simples Spiel. Hüte fallen runter, du musst sie sammeln. Mit ganz vielen coolen Sprüchen. Zum Beispiel Headers Gonna Hate. 100 Likes schaff ich eh nicht. Ja, das Spiel kannst du sogar ohne Likes spielen. Ja, komm. Ich kann Fähigkeiten ohne Kosten einsetzen? Okay. Okay. Nice set. Ich bin ein bisschen OP. Kann ich mal rennen? Ich will rennen. Null. 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 ein bisschen gemacht haben und drüber ich bin auf welchen kreis wieso rennen die weg schön laut, schönes klemmt soo Cap, doch und send du ich muss jetzt die da vorne besiegen was war denn das? was? ich kann es auf ihm ich weiß nicht wo ich das hinbringen soll wir sind nicht über die Rechnung sie sind alle auf der Protected Way und blablabla und blablabla und blablabla haha ach, das kann ich werfen los stift nein nein heb's wieder auf, ich will's werfen ich will's werfen was ist bei dir los? meinst du mich? ja ich hab Spaß das merke ich kann ich da rein? nee der liegt tot der Brasilien so äh ich nehme jetzt dieses Schraumschlüssel und schmeißt ihn auf den Kopf und dann bin ich eigentlich fast fertig wö wuhm, keine Ahnung bevor du rätst weil du Scheiße, bist brauchst du besser was bei mir Sebastian Ja, keine Ahnung, das mag keine AMD-Grafikarten, hab ich so das Gefühl. Wie nichts, wie nichts und niemand mag AMD-Grafikarten. Hilfe! Get a free gift, ja! Cool, diese Fähigkeit kann ich nicht sparen. Hey, was geht? Ich mach so sinnvolle Kommentare in dieser LP, da wollen nur mich kaputt lachen, die runter sind. Ja, du tust irgendwie was anderes. Was Gutes! So bist du nicht gut. Das ist mir gezeigt, ne? Oh Gott, ich sterbe. Ist nix! Natürlich trifft er mich! Hör auf mich zu treffen! Please try again later. So, geschafft! Jetzt kann ich hier raus, oder? Nö! Ich find hier nichts mehr. Ich geh weg. Ah, das war ein bisschen besseres Mission, als die anderen Love Dragon Missions am Anfang. Okay. Hey, da ging's weiter. Aber ich wünsch... Geht's hier wieder weiter. Ach so, da. Solo normal Dragon, was? Was, was für Dragon? Äh, musst du Dragon machen, keine Ahnung. Hier gibt's Dragon? Da taucht irgendwas schwarzes auf. Ich hab' mir gedacht, ob du wirklich aus der Honglun-Skule bist. Der Weg auf der Blade Dancer. Ich glaub' da bei dir wird dann Kung Fu Meister stehen. Ja, wahrscheinlich. Ach so, ich muss gegen ihn kämpfen. Hey, stopp! Ah, das war das. Okay. Wie viel Leben hat die? Klick eins und rechts. Es kostet vierhundert... äh, fünf Euro, um sieben Tage Premium Mitgliedschaft zu kriegen. Wieso? Ich drück doch die ganze Zeit. Danke. Nicht zu schabbi für einen Honglun-Rookie. Ich lach dich gleich auf. Oh, das ist ein Mädchen. Ach so, doch nicht. Oh, Mädchen. Ries, richtig? Die Mauten, die ich musste, um so weit zu kommen. Wieso? Wieso? Ja, komm. Wirst du dieses LP weitermachen? Ich werde dieses LP weitermachen, ja? Warum? Ja, dann überlege ich mir, wenn ich öfter dabei sein darf, ob ich mir ein Premium-Paket hole. Das für vier Euro. Von? Von Blade of Soul. Da gibt's Premium-Paket? Ja, es gibt dieses Premium-Paket, damit du in der Queue... ...in der Premium-Queue bist. Oh, und eine weitere Sache. Der Survey ist vorbei. Ich bin Level 6. Oh. Und ich habe sehr viele Sachen bekommen. In Level 6 kriegt man viel. Da kannst du auch schon... Ich weiß nicht, ob du sie gemacht hast. Diese Surveys, also die Umfragen. Hab ich noch nicht. Das kannst du machen, also kriegst du Belohnungen. Okay, den habe ich fast zu sagen. Da ist eine Vase vor. Ach so, das war eine Mission. Das ist Repairing. Was ist das? Okay. Da sind noch andere Sachen. Ich schaue gerade die Statsern an. Ah, da unten sind noch die Quests, die ich abholen kann. Rechts. Man muss, wenn man sich Sachen kauft, eine Telefonnummer angeben. Mein Gott. Gut, jetzt habe ich zwei Teile mehr. Eine Quest, die ich abholen kann. Muss ich dieses... Umfrage machen? Ich mache einfach... ...random irgendwas hinschreiben. Ja. Ich habe irgendwas hingeschrieben. Senden. Danke. Okay. So, was gibt jetzt? Was ist das? Noch mal Umfrage. How did you hear about Blade & Soul? Friend. Äh, Veteran. Ich bin ein Veteran. Ich bin ein Solo-Player. I prefer... Beides. Für was sind die Schlüssel? Weißt du es? Ähm, steht doch dran. Schatztruden. Omega-Zero. Achso, das ist friendless. Weißt du, da will man Coins kaufen. So, ja. Serverproblem. So, ich schon mal kurz wie ich 4 Minuten die schon aufnehme. 50 Minuten. Okay, ich muss das cutten. Das heißt, äh, ich beende mein Part hier. Geht los. Man sieht sich beim nächsten Fall. Ich hoffe euch herzlich gefallen. Und, adieu. Willst du auch was sagen? Alles war cool. Ja, ist wohl cool. Fertig. Fertig.